Samuel Walser, gratuliere zu diesen drei Punkten. Es war ein Comeback-Sieg. Man muss natürlich Sie ansprechen auf das Game-Winning-Goal. Können Sie uns kurz dort durchnehmen? Sie haben ja wirklich einen direkten Weg zum Goal gesucht in dieser Situation. Ja, ich konnte C.B. Mecca ablesen. Und dann habe ich gesehen, dass der Weg zum Goal offen ist. Ich habe versucht, ihn zu stechen. Und dann ist sie heute mal für mich reingegangen. Wie würden Sie die Art von Goal beschreiben, die Sie hier geschossen haben? Ist das wirklich ein Zug aufs Goal? Ja, ich glaube, ich wollte reinziehen. Der Platz war da. Und dann vielleicht mal den Kopf ausschalten und einfach mal dreckig reinwürgen. Ich bin froh, dass ich dem Team helfen konnte. Es ist wichtig, dass wir die drei Punkte geholt haben. Es war ein Match, in dem sich die Teams neutralisiert haben. Wie sehen Sie den Charakter des Spiels? Ja, wie du sagst. Sie haben viel mit Marco Bello die Linie gebracht. Und dann haben wir versucht, etwas zu neutralisieren. Da haben wir von unserer Defensivlinie draufgetan. Und so ist es immer ein bisschen hin und her gegangen. Es gab nicht so viele Chancen. Ich glaube, wir können froh sein. Im ersten Drittel haben sie zweimal den Break-Away gehabt. Der Red hat uns im Spiel gehalten. Und ja, nachher dann auch der Kick in zwei Super-Goal. Und Boxplay-Power-Blade funktioniert. Und so haben wir einen Punkt zuhause behalten. Vielen Dank. Gratulazioni. Merci. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Cianabine.